Es gibt vermutlich nur wenige pädagogische und psychologische Grundlagenwerke, in denen nicht in wenigstens einem Kapitel von Piaget die Rede ist. Für die Erklärung des menschlichen Lernens und der Entwicklung des Menschen ist seine kognitive Entwicklungstheorie auch heute noch relevant. Piaget vertritt die Ansicht, dass sich alle menschlichen Fähigkeiten, also zum Beispiel auch die sozial-emotionalen Kompetenzen, die Wahrnehmung oder die Sprache, auf Grundlage der kognitiven Fähigkeiten aufbauen. Diese Annahme folgend liegt in der Erklärung der kognitiven Entwicklung der Schlüssel für das Verständnis der menschlichen Entwicklung als Ganzes. In diesem ersten Video erfahrt ihr Näheres über die Ursachen für die Entwicklung der menschlichen Intelligenz. Im zweiten Video gehen wir ausführlich auf die Stufen der kognitiven Entwicklung nach Piaget ein. Bevor wir tiefer in Piagets Theorie einsteigen, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf einige wenige Eckpunkte seiner Biografie. Geboren wurde Piaget 1896 in der Schweiz. Nach seiner Schulzeit studierte er Biologie und promovierte, gerade einmal drei Jahre später, auch in diesem Fach. Erst nach seiner Promotion befasste er sich mit experimenteller Psychologie und erforschte die menschliche Intelligenz. Bereits 1925 wurde er in die Universität Neuchatel berufen, wo er Psychologie, Philosophie der Naturwissenschaften und Soziologie lehrte. Das ist jetzt natürlich bei weitem kein klassischer Werdegang eines Wissenschaftlers. Also Piaget, der war schon sowas wie ein Überflieger. Ein Jahr vor seiner Berufung hatte Piaget geheiratet. Seine Kinder kamen 1925, 1927 und 1931 zur Welt. Die Entwicklung seiner Kinder, die Piaget aufmerksam mitverfolgte, war richtungsweisend für sein Forschungsinteresse. 1929 wurde Piaget Professor für die Geschichte des naturwissenschaftlichen Denkens. 1940 erhielt er den Lehrstuhl für experimentelle Psychologie am Jean-Jacques-Rosson-Institut in Genf. 1955-56 gründete er das Centre Internationale de Pystémologie Genétique, das er bis zu seinem Tod im Jahr 1980 leitete. Piaget starb im Alter von 84 Jahren. Neben zahlreichen internationalen Auszeichnungen erhielt er mehr als 30 Ehrendoktortitel. Um Piagets Theorie der Intelligenzentwicklung zu verstehen, müssen wir uns zum einen mit der Tendenz zur Adaption als einer treibenden Kraft für die Entwicklung beschäftigen. Piaget spricht in diesem Zusammenhang von Assimilation und Akkommodation, aber dazu später mehr. Zum anderen ist es sinnvoll, wenn wir Piagets Erkenntnistheorie nachvollziehen. Diese unterscheidet sich in diversen Grundannahmen deutlich von den Konzepten der meisten Psychologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Vor allem der Behaviorismus, aber auch die Psychoanalyse waren zu dieser Zeit weit verbreitet. Die Psychoanalyse sagt ja, dass die menschliche Entwicklung von Trieben gelenkt wird und der Behaviorismus reduziert alle Verhaltensweisen auf Umweltreize. Piaget hingegen spricht dem aktiven Handeln der Individuen eine zentrale Rolle im Erkenntnisprozess zu. Schauen wir uns das mal genauer an. In eurer Vorstellung, da verhält es sich womöglich so. Da existieren wir als Subjekt auf der einen Seite und die Umwelt, die uns umgibt, auf der anderen Seite. Objekte aus unserer Umwelt, hier als Beispiel ein Ball, erkennen wir dadurch, dass wir sie mit unseren Sinnen wahrnehmen, motorische Assoziationen abrufen und sie sprachlich beschreiben. Auf diese Art entsteht ein innerer Abdruck der Umwelt in unserer Psyche. Die Inhalte der Erkenntnis kommen also von außen und mit unserer Intelligenz systematisieren wir die Informationen. Das ist für euch sicherlich logisch plausibel nachvollziehbar und umso erstaunlicher ist es, dass Piaget dieser Trennung von Subjekt und Objekt, wie ich sie euch gerade erläutert habe, widerspricht. Er sagt, die Grenze zwischen Subjekt und Objekt ist nicht unveränderlich und in jeder Handlung verschmelzen Subjekt und Objekt. Um den Gedankengang Piagets nachzuvollziehen, könnt ihr versuchen, euch von eurer Weltanschauung zu lösen und euch in ein neugeborenes Kind hineinversetzen. Dieses Kind ist sich seiner selbst noch nicht bewusst. Es ist somit überhaupt nicht dazu in der Lage, zwischen sich als Subjekt und der Welt, die es umgibt, zu unterscheiden. Eine Differenzierung zwischen Subjekt, Objekt und eigener Handlung kann das Kind erst zu einem späteren Verlauf seiner Entwicklung leisten. Zur Erkenntnis gelangt der Säugling also nur dadurch, dass er Objekte im wahrsten Sinne des Wortes begreift. Ursprünglich erwächst unsere Erkenntnis somit nicht, wie zunächst erklärt, aus dem Registrieren von Informationen aus der Umwelt, sondern stets aus untrennbar miteinander verknüpften Interaktionen zwischen dem Subjekt und den Objekten. Das Ergebnis dieser Interaktionen sind nach Piaget Konstruktionen. Piaget schreibt hierzu, jede Erfahrung stellt eine Strukturierung des Gegebenen dar, an der das Erkennen des Subjekt einen aktiven Anteil hat, sodass die Erkenntnis als eine Interaktion zwischen den strukturierenden Operationen des Subjekts und den Eigenschaften des Objekts erscheint. Die Konstruktion der Strukturen ist im Prinzip das, was Piaget unter Intelligenz versteht. Nach und nach müssen durch kognitive Operationen die Beiträge des Subjekts auf der einen und die des Objekts auf der anderen Seite voneinander differenziert werden, um zur Erkenntnis zu gelangen. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang den konstruktivistischen Ansatz, der hier mitschwingt. Piaget bringt zum Ausdruck, dass jeder Mensch seine kognitiven Strukturen und damit natürlich auch seine Wirklichkeit selbst konstruiert. Das war jetzt womöglich etwas kompliziert. Schauen wir uns diesen Erkenntnisprozess also vielleicht einfach mal am Beispiel der Objektpermanenz an. Objektpermanenz ist ein von Piaget geprägter Begriff, der die kognitive Fähigkeit beschreibt zu wissen, dass ein Objekt auch dann weiterhin existiert, wenn es sich außerhalb des Wahrnehmungsfeldes befindet. Nach Piaget entwickelt sich diese Fähigkeit bei Kindern erst ab einem Alter von etwa 8 Monaten. Heute weiß man übrigens, dass Kinder das Wissen über die Permanenz von Objekten schon deutlich früher entwickeln. Piaget hatte Kinder unterschätzt. Aber zurück zum Beispiel. Ein 6 Monate alter Säugling liegt auf dem Wickeltisch und greift nach der Box mit den Feuchttüchern. Nun deckt der Vater die Box mit einem Spucktuch ab. Für den Säugling sind die Tücher jetzt nicht einfach nur temporär verschwunden, sondern sie sind schlicht nicht mehr existent, da er das Konzept der Objektpermanenz noch nicht ausgebildet hat. Wiederholt der Vater den Versuch zwei Monate später, ist das Kind in seiner Entwicklung schon etwas weiter, zeigt sich irritiert über das plötzliche Verschwinden der Tücher und beginnt zu suchen. Hier wird deutlich, dass die Permanenz eines Objektes mit der Handlung des Suchens beginnt. Womöglich erkennt das Kind anhand der Ausbeulung, dass sich etwas unter dem Tuch befindet und zieht es weg. Es entdeckt die Tücher. Nach kurzer Zeit nimmt der Vater dem Kind die Tücher weg und legt sie auf den Boden. Sie befinden sich nun also wieder außerhalb des Wahrnehmungsfeldes des Kindes. Wo, denkt ihr, wird das Kind danach suchen? Nicht selten suchen Kinder in diesem Entwicklungsstadium dort, wo sie schon mal Erfolg hatten. In unserem Beispiel sucht das Säugling also wieder unter dem Tuch. Warum tut das Kind das? Dahinter steckt in den Augen Piagés die unbewusste Annahme des Kindes, dass Objekte von den eigenen Handlungen abhängen. Die Realität widerlegt die Annahme des Kindes und es muss eine neue Überzeugung, eine neue Struktur ausbilden, mit der die Außenwelt organisiert werden kann. Nochmal kurz zusammengefasst. Erkenntnis erwächst nach Piagé aus Interaktionen zwischen Subjekt und Objekt. Die natürliche Konsequenz dieser Interaktionen sind Konstruktionen, die weder im Subjekt selbst noch im Objekt gegeben sind. Das Ergebnis der Konstruktionen wiederum sind Schemata. Das sind Handlungsstrukturen, denen unsere Erkenntnisfähigkeit untergeordnet ist und die somit das Instrument darstellen, mit dem wir unsere Außenwelt organisieren. Mit unseren kognitiven Strukturen bilden wir die Umwelt nicht einfach ab, sondern wir konstruieren diese Umwelt als ein aktiver Akt unserer Intelligenz. Der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle noch kurz erwähnen, dass neben den erkenntnistheoretischen Überzeugungen auch Faktoren wie Reifung, bewusstes Üben und aktive Selbstregulation in Piagés Entwicklungstheorie eine Rolle spielen. Die Tätigkeiten des Individuums im erkenntnistheoretischen Sinne sind in seinen Augen unbedingt mit einzubeziehen. Genauer eingehen möchte ich jetzt auf die Entwicklung der Strukturen der Intelligenz und in diesem Zusammenhang auf die Begriffe Assimilation, Akkommodation und Äquilibration. Piagé geht davon aus, dass dem Organismus eine Regulationsinstanz inne wohnt, die nach einem Gleichgewicht strebt. Piagé nennt diesen Faktor Äquilibration. Assimilation meint die Integration von neuen Erfahrungen in bereits vorhandene kognitive Strukturen. Bei der Akkommodation kommt es ausgelöst durch Umweltanforderungen zu qualitativen Veränderungen in den Strukturen der Intelligenz. Sowohl bei der Akkommodation als auch bei der Assimilation handelt es sich also um eine Form der Anpassung des Individuums an seine Umwelt, wobei Assimilation ganz konservativ versucht, die Umwelt dem Organismus unterzuordnen, während die Akkommodation umgekehrt den Zwängen der Umwelt nachgibt und damit eine Quelle der Veränderung darstellt. Äquilibration stellt das Gleichgewicht von Assimilation und Akkommodation dar, wobei es im Verlauf der Entwicklung zu immer neuen Formen des Gleichgewichts zwischen Organismus und Umwelt kommt. Aus dem Gleichgewicht gerät der Organismus zum Beispiel dann, wenn die bestehenden Strukturen den Umweltanforderungen nicht gerecht werden. Schon wenn es hierzu ein konkretes Beispiel an. Stellt euch einen zweijährigen Jungen vor, der zum ersten Mal bewusst eine Kuh wahrnimmt und diese als Wauwau bezeichnet. Wie kommt es zu dieser falschen Annahme des Kindes? Die kognitiven Strukturen des Jungen beinhalten unter anderem seine Konzepte von der Welt und auch sein Wissen, so auch sein Wissen über die Merkmale eines Hundes. Abgespeichert wird dieses Wissen in Form eines Schemas, das ihr euch jetzt mal vorstellen könnt wie eine Art Mindmap. In der Mitte des Schemas steht der Begriff Hund. Verknüpft mit diesem Oberbegriff sind verschiedene Merkmale, die das Kind mit dem Begriff assoziiert. Vielleicht weiß das Kind nicht nur, wie ein Hund bellt, sondern auch, wie ein Hund riecht, wie man sich gegenüber einem Hund zu verhalten hat, dass er vier Beine und einen Schwanz hat, dass er ein Fell hat, das unterschiedlich gefärbt sein kann und sich weich anfühlt. Was ist nun also passiert, als das Kind die Kuh gesehen hat? Die äußeren Merkmale der Kuh wurden vom Kind registriert. Es hat gesehen, dass die Kuh ein Fell hat, dass sie vier Beine und einen Schwanz hat und hat diese Informationen in seine vorhandenen kognitiven Strukturen assimiliert. Es passten jetzt zwar nicht alle äußeren Merkmale, aber die für das Schema Hund Wesentlichen waren vorhanden. Daher hält das Kind die Kuh für einen Hund. Nun weist die Mutter das Kind darauf hin, dass es sich bei diesem Tier nicht um einen Hund, sondern um eine Kuh handelt. Die kognitiven Strukturen werden den Anforderungen der Umwelt also plötzlich nicht mehr gerecht. Hier entsteht daher ein Ungleichgewicht, das durch die Akkommodation bisheriger Strukturen ausgeglichen werden muss. Durch die neue Erfahrung kommt es zu einer Differenzierung der Denk- und Verhaltensmuster des Kindes. Ihr habt durch dieses Video einen ersten Einblick in die Grundannahmen zu Piagets Entwicklungstheorie erhalten und konntet eine Idee davon entwickeln, inwiefern die kognitive Entwicklung für Piaget den Schlüssel für das Verständnis der menschlichen Entwicklung insgesamt darstellt. Wenn ihr nochmal was nachlesen wollt oder euch für die Quellen interessiert, die diesem Video zugrunde liegen, dann werft einen Blick in das Skript zum Video. Den Link zum Download, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im kommenden Video wird es um die Richtung der kognitiven Entwicklung und damit um die Stufen der menschlichen Intelligenz gehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.